In den letzten Videos haben wir uns die ersten Schritte mit der Calliope Mini angeschaut. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir unser erstes Programm auf den Calliope Mini übertragen können. Es gibt verschiedene Übertragungswege, wir wählen heute den über Micro-USB und den normalen PC. Eine Alternative wäre zum Beispiel über Bluetooth mit den Apps der Calliope Mini. Auf der Oberseite des Calliope Mini, also in der Nähe der Matrix, finden wir einen Micro-USB-Stecker. Den kennt ihr vielleicht schon von eurem Smartphone. Im Lieferumfang der Calliope Mini ist auch ein kleines Micro-USB-Kabel mitgeliefert. Die kleine Seite des Micro-USB-Kabels können wir nun mit der Calliope Mini verbinden. Achtet darauf, dass ihr das in der richtigen Richtung macht. Wenn ihr Gewalt anwenden müsst, dann habt ihr wahrscheinlich den Stecker falsch herum. Sobald der Calliope Mini per Micro-USB verbunden ist, muss das Kabel noch per USB an den PC verbunden werden. Ich zeige das hier mal kurz an meinem Laptop. Einfach in den USB-Stecker reinstecken. Auch hier ist wieder wichtig, das USB-Zeichen muss oben sein. Erst dann ist der USB-Stecker richtig rum. Sobald der PC dann angeschaltet wird, wird der Calliope Mini mit Strom versorgt und fängt an, sein normales Programm abzuspülen. So wie wenn ich auch die Batterien eingeschaltet hätte. Das braucht uns jetzt aber nicht weiter stören. Wir machen jetzt einfach am PC weiter. Sobald ich den Calliope Mini angeschlossen habe, finde ich auf meinem Arbeitsplatz, auf meinem PC, ein Flash- und ein Mini-Laufwerk. Falls das Flash-Laufwerk bei euch zu voll ist, da sind 25 Programme drauf, die müssen eventuell gelöscht werden. Die können aber jederzeit aus dem Internet neu heruntergeladen werden. Wenn ihr jetzt ein Problem habt, auf dieses Flash-Laufwerk zu kommen, ich mache das Fenster nochmal zu. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, darauf zu kommen. Calliope Mini ist ja angeschlossen. Und hier unten habe ich bei Windows dieses Ordner-Symbol. Dann klicke ich einmal drauf, gehe links auf dieser PC und hier habe ich die beiden Laufwerke. Einmal das Flash-Laufwerk und einmal das Mini-Laufwerk. Wenn ihr es darüber nicht findet, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Start-Menü zu benutzen. Und da gebe ich einfach mal ein, dieser PC. Und dann wird mir einfach hier oben bei der höchsten Übereinstimmung dieser PC angezeigt. Da klicke ich drauf und auch hier kann ich wieder das Laufwerk E und F sehen. Die Laufwerksbuchstaben sind bei euch wahrscheinlich andere. Ich mache mal einen Doppelklick auf F und sehe, dass das Ganze leer ist. Das heißt, wir haben jetzt aktuell keine Programme auf dem Calliope Mini drauf. Das ändern wir jetzt. Wir programmieren jetzt nichts Großartiges, wir lassen nur mal die LED leuchten. Einfach, dass wir sehen, wie das Übertragen von Programmen auf den Calliope Mini funktioniert. Dazu bin ich im Hintergrund schon mal auf der Webseite von Calliope. Es ist einfach calliope.cc und hier oben klicke ich dann auf Programmieren. Und dann bietet er mir an Mobil oder Editoren. Wir machen das Ganze jetzt am PC, deshalb gehe ich jetzt hier auf Editoren. Hier kann ich mir dann einen Editor auswählen, zum Beispiel MakeCode oder Open Roberta Lab. Das Prinzip ist bei allen ähnlich oder gleich. Wir machen jetzt hier mal den MakeCode Editor auf und können jetzt hier ein neues Projekt anlegen. Ich klicke also hier einmal auf neues Projekt. Hier müssen wir ein bisschen darauf achten. Ich bin jetzt nicht eingemeldet. Das heißt, die Projekte sind dann beim nächsten Aufruf wieder weg. Wenn ihr eure Projekte speichern wollt, müsst ihr die entweder herunterladen, damit ihr sie hier wieder importieren könnt oder ihr müsst ein Konto erstellen. Das ist jetzt aber erstmal nicht Thema dieses Videos, sondern wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Test, wie das mit dem Übertragen funktioniert. Hier gibt es jetzt Blöcke, die ich reinziehen kann. Und die kann ich dann auf den Calliope Mini übertragen und hoffentlich startet er dann auch. Zum Beispiel will ich mal die LED leuchten lassen. Ich gehe hier mal auf Grundlagen und dann kann ich eine RGB-Farbe setzen. Das mache ich gleich. Ziehe ich mal raus, halte die mal ausgedrückt und ziehe das hier beim Start rein. Hier kann ich jetzt eine Farbe auswählen. Wir nehmen mal lila. Das würde ich sogar jetzt als komplettes Programm einmal lassen. Man kann das jetzt sogar testen. Auf der linken Seite sieht man jetzt den Calliope Mini. Und da kann ich auf Play drücken und sehe, dass hier unten die LED lila leuchtet. Damit sind wir jetzt für das Programm fertig. Ich will einfach nur die LED-Farbe einmal setzen. Links gehe ich jetzt auf Herunterladen und jetzt bekomme ich so eine Hex-Datei. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, je nach Browser, wie der die Datei aufmacht. Ich sage jetzt einfach mal Datei speichern. Hier oben habe ich beim Firefox meine Download-Leiste. Wenn ihr zum Beispiel den Chrome-Browser oder den anderen Browser benutzt, kann das auch auf der unteren Seite sein. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier mein Programm und ich kann hier hinten auf dieses Ordner-Symbol klicken. Dann öffnet sich der Downloads-Ordner mit genau dieser Datei, die ich gerade runtergeladen habe. Wenn ihr ein Problem habt, die Datei zu finden, schaut einfach mal nach dem Änderungsdatum. Das müsste ja das von jetzt gerade sein. Ich mache hier einen Rechtsklick auf die Datei, gehe hier auf Kopieren und jetzt gehe ich auf der linken Seite in mein Flash-Laufwerk und füge das Ganze hier ein. Jetzt mache ich ein Rechtsklick hier drauf, benenne das Ganze um und schreibe eine 01 davor mit einem Unterstrich, dass ich jetzt weiß, das ist jetzt mein erstes Programm. Ja, das war jetzt auch schon der ganze Spaß und wir sehen uns jetzt an der Calliope Mini und wir schauen mal, ob wir eine lila LED rausbekommen. Das erste, was wir jetzt natürlich machen, wir müssen die Calliope vom PC wieder trennen. Dazu entferne ich das Micro-USB-Kabel. Als nächstes stecke ich wie gewohnt das Batteriefach wieder ein und aktiviere den Schalter und stelle ihn auf On. Der Calliope Mini zeigt mir jetzt an, dass er Programm 3 geladen hat. Das muss euch jetzt nicht weiter verwirren, auch wenn wir gar keine 3 Programme drauf haben. Das ist einfach das letzte Programm, das wir ausgeführt hatten. Um jetzt unser Programm auszuwählen, drücken wir oben lange die weiße Reset-Taste, bis die Matrix komplett leuchtet. Nun habe ich theoretisch die Möglichkeit, 25 verschiedene Programme zu starten. Da wir aber ja nur ein Programm auf der Calliope Mini kopiert haben, wird auch hier nur eins angezeigt. Das kann ich einfach ausprobieren, indem ich die Knöpfe A und B benutze und es passiert einfach nichts. Normalerweise würde ich jetzt nach rechts und links navigieren, aber da es ja hier keine weiteren Programme gibt, sieht man einfach nur die erste LED in der Matrix leuchten, die für unser erstes Programm steht. Um jetzt das erste Programm zu bestätigen, drücke ich wieder A und B gleichzeitig und damit startet dann tatsächlich Programm Nummer 1. Und wie wir unten sehen können, Programm Nummer 1 ist die lila LED. Das Ganze hat also geklappt. Nochmal zusammengefasst, was haben wir jetzt in diesem Video gelernt? Wir haben gelernt, wie wir einen der Editoren öffnen können, wie wir eine Datei herunterladen können, die wir erstellt haben und wie wir diese auf den Calliope Mini übertragen können. Damit haben wir jetzt die kompletten Grundlagen durch für die Calliope Mini und jetzt können wir richtig ans Programmieren gehen.